Ahojda, was geht ab Leute, Honge? Ich habe vorhin ein Video hochgeladen, wo ich mein erstes Lucky Pokémon gemaxst habe. War ein Metagross, 96% vom C-Day, nach dem C-Day getauscht. Check das C-Day Video nochmal ab und das Video, wo ich Metagross gemaxst habe. Aber heute ein Stream-Highlight. Letztens Doppel Raid Mewtwo, glaube ich, war das. Da habe ich ein bisschen getauscht. Was heißt ein bisschen? Ich habe ein Tausch gemacht. Und bam, Lucky Arctos bekommen. Das vervollständigt meine Lucky Sammlung, zumindest von Gen 1, die legendären. Da habe ich jetzt Lavados, Arctos, Zapdos und Mewtwo. Ja, bei den anderen sieht es schon ein bisschen schlecht aus, bei den anderen Gens. Ich habe, glaube ich, noch ein Ho-Oh, aber das war es dann auch schon. Auch bei den Raubkatzen noch kein Glück gehabt, zwecks Lucky. Ja, bei Gen 4 versuche ich alle Luckys zu bekommen. Die kommen ja in Wellen. Und bevor die nächste Welle kommt, versuche ich alle von der ersten Welle als Lucky zu bekommen. Schauen wir mal. Das sieht ziemlich schlecht aus, aber ich denke, die nächste Welle kommt nicht so schnell. Und Mewtwo ist demnächst zu Ende. Morgen sogar. Morgen ist dein letzter Tag. Welcher Tag ist morgen? Dienstag. Mittwoch müsste ein neuer Raid-Postar sein. Und Halloween-Event steht eigentlich auch kurz vor der Tür. Ich denke, heute oder morgen müsste das angekündigt werden. Ich bin später im Livestream. Schaut's vorbei. Ansonsten viel Spaß beim Stream-Highlight. Lucky Arctos mir enttäuscht. Ich sollte mich auch mal irgendwann um die Buchstaben kümmern. Gegen Wart schaust du? Was willst du haben? Aber dann kannst du nicht mit diesem... Ja, der kommt heute nicht. Achso. Ja, C habe ich. Du sagst mir dann noch, was haltet ihr mit der Frage, wann ich noch mache. C, E, E. S. H habe ich. H und J. H, J, K, L. H, J, K, L. Ja, ich habe nur die Buchstaben angeschaut. Ja, was willst du denn haben? Ja, die ist Mewtwo. Mewtwo? Mit Spukbar, ohne Spukbar. Ja, die würden eh alles nicht. Ich brauche die eh nicht, würde die sonst eh wegschmeißen, warte. Mewtwo. Ja, ich bin 100%. Ich bin 100%. Ich bin 100%. Ich habe gestern noch einen kleinen 98er bekommen. Ich habe immer noch keine. Das ist zu ärgerlich. Psycho-Platzschale war hier. Nicht schade, oder? Was, Shani? Ein Jahr, das war. Ich habe Shani-Aktas zum Hergime, ja. Aber ich will einen Glücks-Aktas. Was? Wieso denn? Ja, für meine Sammlung, Alter. Und der Kleine hatte nur zwei Aktas zum Tauschen. Und die sind nicht Glücks geworden. Wow! Für den Livestream. Für den Livestream, Leute. Nein. Ja, 37er, schade. Na ja, okay. Glücks-Mewtwo mit Schmuckball. Jetzt habe ich Gen 1 fertig, erst mal. Nee? Schön? Oh mein Gott! Alter, das ist nicht gut, das ist verrückt. Was denn? Der hat Gen 1. Ja, nicht alle, nein, nur die Legendären. Oh mein Gott! Es gibt nicht so viele Legendärge. Ich habe zwei. Du hast alle. Du hast zwei. Was, 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 was? Der redet von Glücks-Dingern, ja genau, ja. Ja, und der hat alle. Ja, von den Legendären. Ja. Und welche Legendär hast du? Es gibt nur vier Legendärge. Ja. Von Gen 1. Von Gen 1 sind noch nur drei. Raikou ist ein. Nein, das ist Gen 2. Dann habe ich gar keine. Toll. Hä? Du hast auch Mewtwo jetzt. Eins. Super. Und? Und? Ein Vogel, oder? Irgendjemand. Nein. Ich habe gar nicht. So, Moment. Krass, dass du kein Glücks-Fühl bist. Eintausch, ja, perfekt. Eintausch. Der Hund seinen Telefon unterschmeißt, würde alles gut sein. Hier, Moment. Da. Laudos. Zapdos. Aptos. Ein Tauschen. So, das war's von mir wieder mal. Lucky Aptos. Eintausch. Direkt bekommen. Wir waren beste Freunde, ihr wisst, beste Freunde, da hat man eine höhere Chance. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn man mit neuen Leuten tauscht, dass da die Lucky Chance auch höher ist. Ich war hier in Erfurt, ich habe mit vielen verschiedenen Leuten getauscht und sehr oft war es einfach beim ersten Tausch dann ein Lucky. Könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen wie es so ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check die Shop ab. Schaut bei den Livestreams vorbei. Und vergesst nicht, Pokémon is serious business. Schaut bei den Livestreams vorbei. Schaut bei den Livestreams vorbei. Bis zum nächsten Mal.